Es ist wieder soweit. Ein neuer Tag. Ein neuer Booster. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben mal wieder eine Spielanleitung enthalten. So. Und starten tun wir heute mit Rocket, einer Movie-Karte von Guardians of the Galaxy. Sehr nice. Die Echse. Ein Bösewicht. Dann haben wir Volstack. Scar. Und wir haben Falcon. Sehr nice. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau.